hab ich getrunken also wir brauchen magnesium erst mal magnesium ist hier drin 12 haben wir uran brennstäbe auch noch drin das ist natürlich schwierig dann brauchen wir die superlegierung und hier dieses kunststoff zeug ne aber wir haben doch nicht nur zwei von diesen kunststoffen kann mir doch keiner erzielen wo ist denn der ganze biokunststoff klumpen hin wir hatten noch viel mehr davon ach wir haben das wahrscheinlich verbaut oder ich glaube wir können das auch irgendwie herstellen jetzt können wir nur einen einzigen eigengenerator machen auch mein auge gesundheit was für ein auge so werden das mal wir werden jetzt sehen zwei ja der ist eine stufe größer hier ihr seht das ordentlicher klumpen die rest hatte ich verbraucht ach so acht stimmt den rest haben ja die anderen ja die tauschen wir einfach aus leute ganz easy so wir reißen die einfach ab das ist sogar kein problem pass mal auf hier so sind die pflanzen natürlich wieder weg ist aber egal machen jetzt hier in groß wir ersetzen die einfach durch die großen wir nehmen zwei kleine weg und bauen einen großen hin ich glaube das war auch mein ursprünglicher plan ehrlich gesagt ich will einkaufen später macht gute sie macht gut mein lieber so was erzeugt denn der eigentlich 350 sauerstoff 127 jahre passt schon das auf jeden fall mehr machen wir den hierhin dann bauen wir den kleinen hier noch ab und den hier hinten auch noch guck mal wir kriegen direkt eine aubergine zurück ist ja wahnsinn ins inventar passt es noch so und dann bauen wir jetzt den dritten hier noch hin da lass uns die mal so ein bisschen zusammenhalten hier so vielleicht okay nice nice also wir machen schon ordentlich wir produzieren schon ordentlich sauerstoff jetzt mittlerweile oder ja wir haben jetzt kein plastik klumpen mehr wir haben noch was freigeschaltet leute und zwar neuen bohrer warum ist das hier so rot oh mein gott ich habe ja ein bisschen angst hier weil ich fliege mal schnell nach hause das sieht mir sehr merkwürdig aus alles also und zwar haben wir neuen bohrer freigeschaltet was macht denn der der erzeugt wärme 25 pro sekunde 0,25 pro sekunde und die heizung 28 pro sekunde wow 6 super legierung und 3 aus mir und willst du mich das gibt es doch gar nicht luftdruck alter der macht richtig luftdruck da ist ja das alles alles andere ist der kindergeburt sack der macht 459 wie viel machen wir insgesamt 1000 ok sollen wir das wirklich machen 1 2 3 4 5 6 stück ok also ich baue mal ein also ein baue ich auf jeden fall und drei aus mir wo sind wir und ein meteoriten schauer wo ist das riesen ding ich jetzt hier raus wir setzen das teil hierhin so und tschüss ich muss weg ich muss los guck mal da hinten ist das teil das verrichtet seine arbeit zuverlässig und gut sieht es aus mit strom 216 verfügbar ok 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 alles noch im rahmen alles sieht noch gut aus das heißt wir haben die produktion richtig erhöht oder druck machen wir jetzt mittlerweile es wackelt ein bisschen 5000 6000 pro sekunde fast das ist gut biomasse steigt auch massiv an und sehr schnell durch die eigengeneratoren und jetzt machen wir folgendes jetzt bauen wir im biodum stufe 2 wir brauchen noch ein dünger und bakterien proben so ein dünger noch was kostet denn so ein dünger aubergine glaube ich ne aubergine brauchen wir für dünger habe ich alles im inventar sehr gut also ein dünger noch so und was braucht man noch dafür zwei legierung und bakterien probe wie machen wir die drei algen und wasser ok das heißt wir müssen bald wieder algen ernten brauchen die dinge auch was ab oder terraform die nur ich ich glaube die terraform nur ich weiß es nicht genau kann man vom meteoriten getroffen werden dein haus wird doch auch nicht getroffen ich glaube ja ich weiß aber nicht ob man dann stirbt wie hast du die algen abgebaut afek zeige ich dir gleich algen sind gerade wieder in produktion ich muss erst mal ein bisschen wasser besorgen im regensammler trinken wir mal ein bisschen was das gibt es gar nicht okay alles klar so dann essen klöpist essen ich weiß nicht ob da was rauskommt ich glaube nicht ja da kann man nicht reingucken das baut hier nichts ab das erzeugt halt druck ne druck und auch wärme so lass mal hinfliegen wir werden noch nicht fertig sein glaube ich nicht ja du kannst getroffen werden bekommst aber nur schaden je nachdem wie viel lebensanzeige du hast ah ok ok danni sehr gut danni pain hat es ausprobiert guck mal hier das ist der eigensammler der produziert die algen wachstum zu 53% und du kannst jetzt hier einfach diese wurzeln hier unten einfach abschneiden cool dass da schon welche fertig sind alter die produzieren ja richtig und dann kriegst du hier diese flashien einfach mehr ist es eigentlich nicht ne mehr ist es eigentlich nicht so die breiten sich aber sehr gut aus hier das ist gar nicht so schlecht leute ok also eigenprobleme werden wir nicht haben diese drei sammler reichen erstmal ok inventar schon voll inventar schon voll bekommst du beim erzbohrer raus ah ok 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 ja gut erzbohrer haben wir auch aufgestellt für ein bisschen aluminium da müssen wir eigentlich auch nochmal vorbei ach ziel des games ist es den planeten bewohnbar zu machen oder wie ja klar metal car natürlich das ist ein terraforming spiel ja ja es geht nicht nur ums blanke überleben ok wir machen jetzt diese bakterienschalen wir brauchen zwei stück davon also eins zwei so jetzt müssen wir das eigentlich bauen können ja noch zwei legierungen ins inventar und dann ist gut alter wie lange zockst du das game jetzt schon du hast es immer noch nicht du hast es immer noch nicht ich habe vor allen dingen metal car ich habe es auch irgendwie zehn mal drin erklärt zwischendurch ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm jetzt weißt du bescheid so dem bio dom stufe 2 der wird wahrscheinlich relativ das ist schon alter das baum drin den würde ich ja wo schließen wir den an das ist die frage wollen wir den platz da können wir nicht lang bauen hier vielleicht ich werde hier natürlich hier werden wir den anschließen ich werde hier metallgerüste noch bauen ich glaube metall habe ich noch hoffentlich aber beziehungsweise ist auch gerade viel runter gefallen wir können bisschen was einsammeln also eisen so wir sagen wir mal ein bisschen was ich möchte das gerne alles aufgerüsten bruder wird das hier gerade grün ist das muss dass ich ja jetzt erst habe ich gar nicht gecheckt oder ist das einfach nur grüner sand was war das denn ich bin einfach mal maximal urlaubsreif das gefühl habe ich auch das haben wir hier in der kiste aluminium also das produziert ehrlich gesagt gar nicht so wenig aluminium das ist eigentlich ziemlich nice das ist moos ok ok moos der planet wird grün leute das ist schon geile oder helasi ist wirklich lustig gespielt danke nochmals ach hast du es auch ja gerne das ist ja gestern gekauft glaube ich oder die demo gespielt eins von beiden jetzt geht es aber ganz schön schnell hier mit dem moos so also da wie es dann anschließend das heißt wir machen hier plattform hin ja viel spaß damit ne ich habe doch eben eisen abgebaut wir haben wieder kein eisen ich muss noch mal reinfliegen haben wir noch eisen in der kiste haben wir noch haben wir noch das jetzt hier mal ein bisschen wieder einsortieren ja das blöd ist halt wirklich dass diese ganzen uran vorkommen jetzt weg sind das ist sehr sehr traurig die iridium vorkommen sind auch alle verschwunden das ist auch sehr sehr traurig so hier haben wir noch ein bisschen eisen brauchen viel mehr eisen leute wird mal hier hinten lang fliegen da habe ich noch einen anderen bohrer hallo gentlemen einen wunderschönen guten tag allöchen wie geht es mal lieber hey ok lass uns hier noch mal gucken eisen eisen alles mitnehmen so beim anderen bohrer wird auch iridium erzeugt aber die position ist glaube ich noch nicht so optimal da kommt jetzt nicht so viel zeug raus es gibt eine lösung für uran ja ich weiß raketen aufsteigen lassen ich weiß ich weiß leute ich weiß ich weiß aber um die raketen aufsteigen zu lassen braucht man auch wieder uran das ist alles nicht so alles nicht so einfach so ich nehme mal hier ein bisschen ganzen ganzen käse raus wir haben hier einen schrank da machen wir mal das rein was wir erst mal hier lassen wollen so man die bohrer komplett leer das dann natürlich wieder neue sachen fördern kann das ist ja klar und dann irgendwann nehmen wir das zeug mit rüber ach guck mal war schon wieder ein eisen drin sehr schön aber iridium so viel kommt hier gar nicht raus heißen haben wir jetzt erstmal genug wir fliegen wieder nach hause warte mal was das denn ach kobalt das brauchen wir nicht ich glaube nicht immer nur mit der rakete okay bitte nicht spoilern leute ganz wichtig nicht spoilern ich finde das so schön dass der ganze planet jetzt so langsam aber sicher grün wird oder ist das nicht toll klasse wir werden eisenfundamente bauen aber da hinten erst energie haben wir auch ja gut der biodom der wird wahrscheinlich noch mal ordentlich energie verbrauchen oder naja wir gucken uns das an ja jetzt müssen wir mal schauen also müssen das hier hinsetzen und dann ein bisschen stapeln sonst sieht das scheiße aus weiß ich mein das kann ich nicht stapeln doch okay also der ist völlig useless den reiß ich ab ja dann schwebt das halt ein bisschen meine güte da guckt doch kein arsch drauf oder ob das ein bisschen schwebten millimeter oder nicht hey aber ich glaube eine reihe müssen wir noch machen ich glaube das ist noch zu klein ich glaube das ist ein riesiges riesiges ding so könnte es eventuell passen lasst uns doch mal schauen ich versuche das hier mal so hinzustellen biodom stufe 2 da ist er doch schon easy kann auch sein dass es ein bisschen drüber gucken ja ja naja ach es geht schon es geht schon alles gut leute ich würde glaube ich irgendwo mal hier eine tür demnächst noch mal rein zimmern passt schon passt schon es muss ja nicht zu 100 prozent akkurat sein so da gehen wir mal unseren biodom stufe zweimal besuchen oh ja jetzt steht hier natürlich ein schrank naja ach das ist ja schon wie zu hause hier ne toll baumrinde wie baumrinde der erzeugt baumrinde ist das richtig muss ich da was reinpacken oder rausnehmen baumrinde wird erzeugt aha was haben wir hier auch baumrinde ah ja ich ey Leute ich habe keine ahnung wofür man baumrinde braucht das bekomme ich dann ah ok 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 keine ahnung wofür ich baumrinde brauche wir werden es herausfinden früher oder später so biodom stufe 2 haben wir gebaut so ja was haben wir denn noch schönes also wir haben glaube ich jetzt äh unser plan ist fertig ne wir haben ja vorhin gerietzelt was machen wir als nächstes ähm moos zu 23 prozent fertig wir haben ordentlich die produktion gepusht biomasse explodiert ne wir haben 90 kilo schon mittlerweile richtig gut luftdruck erhöht sich ordentlich weil wir noch einen bohrer gebaut haben es wird noch einen ticken wärmer der bohrer wirft auch wärmer ab der sauerstoff hat sich ordentlich erhöht aber es kann eigentlich noch mehr biomasse es kann eigentlich noch mehr biomasse geben oder ich glaube wir produzieren noch einen ticken zu wenig biomasse habe ich das gefühl aber als nächstes werden wir uns darum kümmern dass wir mal wieder ein paar uran vorkommen bekommen weil das ist ein bisschen das macht mich ein bisschen nervös das macht mich ein klein wenig nervös ich erstmal hier die aubergine auf und den kürbis so das nehmen wir mit hier schwefel und algen ähm schwefelschrank wo ist denn der hier die algen kommen hinten rein also nicht das was ihr denkt hier in den schrank den wir wahrscheinlich auch noch mal umbauen sollten so ich baue den mal ab der schrank kommt ja dann hier hin ich hoffe wir kommen dann auch durch leute muss der ist falsch rum der schrank ist falsch rum ne passt nicht schade dann bauen wir doch den schrank ja ich habe keine ahnung wir bauen den schrank einfach hier hin so und zwar es sieht vielleicht ein bisschen doof aus aber ich glaube das ist optimal da kommen wir überall hin ne da kommen wir überall hin ich ernte nochmal die auberginen die wollen wir auch noch hier äh farmen ordentlich die brauchen wir ja für verschiedenste sachen oh die sind voll pflanzen wir mal wieder die samen ein und ich befürchte wir müssen das bald auch für kürbisse machen ich habe irgendwo gesehen dass man irgendwo für kürbisse braucht kürbis wofür weiß ich noch nicht genau aber auch das wird sich zeigen so genau da packen wir einfach mal alles rein das essen nehmen wir raus und dann haben wir hier schon mal ein kleines vorrädchen was können wir hier noch machen ja gut schwarzpulver iridium und schwefel mutagen methan kartusche ja das sind so sachen methan kartusche weiß ich noch nicht wie das funktioniert keine ahnung dann haben wir freigeschaltet bei 175 kilogramm das dauert nicht mehr so lange eine biomass rakete erhöhte geschwindigkeit mit der sich das moos ausbreitet durch die verteilung von bakterien vom weltall aus wird ein planetenweihabon weiter bonus aktiviert gar nicht so schlecht gar nicht mal so schlecht aber wir müssen was trinken leute ich bin schon wieder am dursten alles mitnehmen einmal austrinken ok wie schaut es jetzt aus was brauchen wir als nächstes dringend zwingend und dringend wir brauchen so eine recycle maschine und sowas haben wir auch noch nicht gebaut aber ich glaube das ist erstmal unwichtig großes wohnmodul ist glaube ich nur deko ich weiß nicht ob man da was produzieren kann wahrscheinlich nicht kleine wohnecke brauchen wir nicht biolabor haben wir ja gut ja pass auf dann machen wir jetzt uran wir müssen nochmal einen uran drop vielleicht bauen was brauchen wir dafür zwei uran und eine iridiumstange müssten wir alles dabei haben zwei uran oh Gott sei Dank haben wir noch uran und eine iridiumstange so und natürlich noch hier so ein Edelmetall eine Legierung ok ja wir brauchen uran ich sammle nochmal uran gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ne 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 kümmere dich mal um den GPS habe ich schon fertig Michi der ist fertig guck mal hier da ist meine Map da siehst du alles drauf ne alter guck mal da siehst du auch wie es grün wird auch das ist ja nice das ist natürlich auch cool das war mir gar nicht so bewusst ist das ein Live Update ich glaube schon oder guck mal hier ist so ein kleiner Fluss noch ein kleiner See toll es gibt intensive wo schneller Wasser verlierst wohnmodul ist einfach ein 4x4 Haus ja habe ich mir schon fast gedacht und nicht nur einmal ein Haus ah ok 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 behaupt da danke für den follow gestern oder heute äh es gibt hier keine anderen Lebewesen hier steht nix der See steigt nicht mehr das war's hast du die Nachricht bei beim Frack gelesen dass noch andere Lebewesen ne alter wo wo denn bei welchem Frack da muss ich dann nochmal lesen gehen vielleicht ach ohne Säule mittendrin ja gut das ist natürlich geil ne das ist natürlich geil so ich muss leider los viel Spaß noch es worden schön dass du da warst dankeschön mein Lieber wenn 84 dein Geburtsjahr ist dann sind wir ungefähr gleich alt schön danke fürs Zuschauen und danke für die Follower auch noch dankeschön mein Lieber herzlichen Dank das ist ja nett von dir ok wir müssen uns einmal sammeln wir müssen wir brauchen einen Plan was wir jetzt nächstes machen wir haben jetzt das Raketentriebwerk wir brauchen auf jeden Fall Kobalt glaube ich um das Ding zu starten äh und Silizium ich bin mir nicht ganz sicher wahrscheinlich haben wir noch irgendwas vergessen wir werden jetzt einen Uran-Trop aktivieren einmal so gehen wir mal hier hoch schauen wir mal kurz ach Legierungen ist es gewesen ok alles klar da brauchen wir nochmal zwei Legierungen kann der nicht gerade sagen ich kenne nicht die Koordinaten ok ja behaupte alles gut alles gut musst du nicht machen bitte auch nicht zu viel Spoilern Kumpel so jetzt haben wir alles weißt du Raylas ich hasse dich alles klar Metal Car hat sich das Spiel auch gekauft Metal Car hat sich das Spiel gerade auch gekauft Leute safe call safe call ja es ist teuer hier im Mod zu sein es kostet Kohle ach Mettelchen und äh Kalgar vielen vielen Dank auch für dein Follow herzlich willkommen Hallöchen achso wir sollten die Rakete vielleicht auch starten ne die hängt jetzt hier rum ich hab grad gewartet dass das Zeug jetzt vom Himmel fällt so ok ready to take off jetzt fliegt sie hoch ok Leute es geht los es geht los wir brauchen wir brauchen Schutz aber wie gesagt also ähm es despaunt irgendwann ne das ist das Problem es verschwindet wirklich so wo landet das denn so das Zeug ach warte mal wir können auch direkt hier guck mal hier da siehst du es ja direkt auf dem Satelliten GPS Überwachungsbild ja sicher ha eindeutig eine SpaceX Rakete ne also hier da ist unsere Base links und rechts von der Base sehr gut ich glaub ein bisschen was ist jetzt Wasser geplumpst glaub ich ne oh boy das ist ja richtig weit weg bei unserem Bohrer bei unserem Bohrer sind zwei Einschläge da hinten kommt noch was runter ah es kommt schon ganz schön hier ne mitten ins Wasser das ist natürlich schwer zu finden in dem See obwohl das leuchtet eigentlich ganz gut das Zeug ne hm okay selbst it fertig dann wollen wir mal ein bisschen sammeln guck mal direkt vor der Haustür hier alles herrlich so wir sammeln Uran ein ich weiß nicht ob wir es brauchen demnächst aber ähm mich ärgert es halt dass äh das Uran vorkommen was hier zuerst getroppt ist wir haben ja glaub ich drei Raketen hochgeschossen wir haben das nie eingesammelt das ist irgendwann despawn also irgendwann verschwindet das man muss sich wirklich beeilen das Uranzeug mitzunehmen und das ärgert mich halt dass wir das nicht gemacht haben deswegen hab ich jetzt noch ne Rakete angefordert einfach nur für schlechte Zeiten dass wir ein paar Uranstiebe da haben so wo ist noch was runtergekommen links und rechts von der Base haben wir da hinten im Gebiet war noch ganz viel da leuchtet auch noch was so da haben wir noch was okay alles klar ja da ist natürlich noch mehr Uran vorkommen dieser Kern dieser Meteoritenkern der zerfällt irgendwann und dann kann man da durchaus noch was rausholen aber wir sammeln erstmal so das Kuhbezeug ein oh mein Gott jetzt kommt hier noch ein Sturm warum das denn Aluminium Aluminium ich ess mal was bevor wir hier erschlagen werden oder so nehm mal alles mit hier ein Großteil ei 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 oh Kobalt das freut ich gar nicht ja hier liegt nix hier ist wirklich nur dieser eine Kern gelandet okay ich hoffe mal dass wir nicht getroffen werden jetzt alter ich glaub ich hab kein Sauerstoff mit oh nein oh mein Gott 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 wir müssen zurück wir müssen zurück oh bitte nicht verrecken jetzt bitte verrecken nicht oh scheißendreck ich hab gar keine Sauerstoffflasche am Start oh boy oh boy komm schon da vorne ist die Tür ei 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 Junge 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 knappes Höschen wir gehen direkt wieder raus wir müssen Uran einsammeln Freunde ihr wisst Bescheid obwohl warte mal wir hätten eigentlich auch ein bisschen was äh wir hätten auch mal ein bisschen was in den Schrank packen können ne wir sind schon pickepacker vollgeladen ehrlich gesagt so Magnesium machen wir rein ähm Titan und Eisen machen wir hier rein haben wir gar nicht so viel zwei Titan ein Eisen Kobalt kommt hier hin aber wir haben noch Sauerstoffflaschen irgendwo Uran kommt dort hinein Aluminium ein bisschen da haben wir jetzt leider nicht ganz so viel Silizium ist leer das ist sehr gut und hier haben wir noch so ein paar Bällchen und dann nehmen wir noch mal mit Sauerstoff ne nur 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 für den Fall nur für den Fall Leute ja größere Sauerstofftanks das ist alles in der Planung alles in der Planung jetzt ist das schon wieder weg das Uran oder oder es kann nicht sein ich glaube das ist irgendwie noch ein bisschen buggy ich glaube sobald ein Meteoritenschauer kommt ist das ganze Uran hier haben wir noch ein Klümpchen aber neben der Base hatten wir doch eben Uran vorkommen wir sammeln jetzt alles ein bevor es wieder wegspawnt da haben wir noch was zu essen drin das brauchen wir erstmal nicht oder was hier runter gekommen ist was für Felsen oder es wurde begraben das könnte natürlich auch sein das haben wir alles im großen See sind noch vorkommen da müssen wir auch noch mal rein ich bin mir relativ sicher dass hier vorne irgendwo ein großer nuklearer Kern rum lag hier so circa der ist weg der ist verschwunden lass uns mal ans Wasser gucken ob wir hier noch was finden oh da hinten leuchtet oh da leuchtet was so ich fliege mal ein bisschen hoch ey die Welt sieht auch komplett anders aus nur weil das ein bisschen begrünt ist hier das macht schon so viel her Sauerstoff habe ich noch keine Sorge diesmal habe ich ein Fläschchen eingebaut und als nächstes werden wir ein Iridium Drop noch auf uns fallen lassen weil das auch relativ selten ist wir haben zwar einen Iridium Bohrer aber der erzeugt leider nicht so viel wie ich mir das wünschen würde so warte mal zack einmal Sauerstoff wäre geil wenn der jetzt noch Megalodon rumschwimmt ei 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 hör auf ich hoffe nicht dass das passiert also Tierchen habe ich bisher noch nicht gesehen aber auch ehrlich gesagt nicht oh es regnet aber auch ehrlich gesagt nicht dass hier irgendwelche Tiere oder so implementiert sind aber ganz ehrlich wenn das wirklich so ist dass hier nur zwei Leute dran arbeiten GG gut Job wirklich nice richtig richtig gut gemacht Leute kann mir das eigentlich nicht vorstellen oder also entweder sind das zwei sehr 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 fähige Leute die einen Haufen Zeit haben oder ich weiß es nicht keine Ahnung oder die flunkern ein bisschen rum oder die flunkern ein bisschen rum so da vorne haben wir noch was du hast doch schon ganz schön viel zusammengekommen hier ne so jo das stimmt von den beiden Entwicklern kann man nur den Hut ziehen das ist echt krass also wenn das wirklich stimmt kann auch sein dass es ein riesiger Marketing Gag ist ich weiß es natürlich nicht ne also das Spiel hat auch sehr gute Bewertungen gönnt dem Spiel auch mal vielleicht einen Kauf oder so wenn ihr Bock habt also es ist kein sponsert Video oder sowas hier ich krieg dafür nix aber würde mich natürlich freuen wenn das hier noch ordentlich weiterentwickelt werden würde ne nicht dass ich jetzt hier irgendwie sage hier ist zu wenig Konzentrieren um Gottes willen ich suchte das seit drei Tagen ich seh das Ende immer noch nicht für den Early Access ist das echt schon sehr 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 gut so wir machen Orangestäbe zwei Stück okay und das kommt alles in die Kiste rein vielleicht sollten wir noch mal 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wir machen noch einen Orangstab wir machen noch einen Orangstab machen wir noch ein bisschen Platz sparen weißt du so zack okay jetzt geht es natürlich darum Iridium irgendwie noch hier zu sammeln jetzt hör auf nochmal kaufen kann ich es nicht ich glaube nicht dass sie flunkern ich weiß nicht in welcher Engine das Spiel gebaut wurde aber Unreal Engine 5 oder Unity versetzen Indies schon in die Lage auch mit kleinen Teams Games zu bauen aber guck mal was da für Programmierung auch hinterhängt das ist ja nicht dass du dir das wie so ein wie so eine keine Ahnung also das ist ja nicht dass du das wie so eine Webseite irgendwie zusammen klickst oder sowas also da musst du schon glaube ich auch nicht was auf dem Kasten haben Minecraft wurde zuerst auch nur von meinen entwickelt das ist richtig das ist richtig Terraria auch naja gut ja ihr habt ja recht aber Wahnsinn oder so wir gehen noch ein bisschen Iridium sammeln damit wir noch ein Iridium ähm drop uns gönnen können als ich das Spiel in der Demo gestartet hatte ähm kam noch der Screen Made in Unity ah ok 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 ja gut das äh könnte sein das weiß ich nicht ja alles Spekulation hier ist ein bisschen Iridium drin wir brauchen insgesamt neun Stück 1,2,3,4,5 wir machen das mal alles leer hier kommen wir brauchen da Platz drin ah hier ist auch noch was nice 1,2,3,4,5,6,7,8 sehr schön ein Stück noch da kann der Bohrer nämlich wieder ordentlich loslegen hier da hinten habe ich irgendwas leuchten sehen dachte ich eigentlich als wir hier in die Höhle reingeflogen sind da war doch hier irgendwie ah jetzt zieht natürlich nie Bill auf das ist relativ schwierig dann hier Iridium zu finden ich bin der Meinung das hätte geleuchtet was suchst du denn online um die Zeit hast du Corona oder was ich hab Wochenende hey Kekse Cutie schön dass du da bist Hallöchen hat aber lange gedauert wir sind schon online seit fast 5 Stunden also ich eskaliere hier wieder richtig Leute eigentlich gar nicht geplant so lange zu spielen aber weißt du wenn du so ein Spiel hast was auch nicht langweilig wird so zwischendrin und so das ist halt es kommt so auf zwei Faktoren an wenn ich so lange Streams also auf drei Faktoren kommt es an für richtig lange Streams die ich mache also für mich ist das richtig lang ich streame normalerweise nur zwei Stunden unter der Woche jeden Tag von 7 bis 9 übrigens weil jetzt ihr morgens mal reingucken wollt von Montag bis Freitag 7 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens könnt ihr gerne reinschauen da bin ich jeden Tag für euch da Leute aber so richtig lange Streams sind drei Faktoren erstmal ich brauche Zeit zweitens ich brauche ein richtig geiles Game was ich auch richtig suchten kann und drittens ich brauche halt ein paar Leute im Chat die sich auch mit mir unterhalten weil ansonsten kann ich es auch auf Stream spielen und da wir hier alle Gegebenheiten erfüllt haben ziehe ich durch und es macht halt auch Spaß es ist halt auch nice es ist ein tolles Spiel Horizon Forbidden West ich habe keine Playstation 5 leider ich habe leider keine Playstation 5 ich weiß das ist hart okay Leute wir machen jetzt ein warte mal was brauchen wir ich glaube wir brauchen auf jeden Fall davon so ein paar Dinger wir machen jetzt ein Iridium Drop wir brauchen dafür Uran ja das haben wir noch Uran haben wir noch zwei Stück so also ein Triebwerk brauchen wir ich glaube ich muss hier nochmal ein Bällchen mit ah jetzt ist natürlich die super Legierung die geht jetzt schon wieder aus das ist jetzt natürlich so was brauchen wir dafür 3 Silizium noch das haben wir geht auch auf der Vierer sieht sogar ziemlich gut aus ja ja ich weiß ich weiß ich weiß oh mein Gott wir haben die Biomasse Rakete freigeschaltet vielleicht machen wir das jetzt doch nicht wir haben ja gerade das das Triebwerk fertig vielleicht starten wir eine Biomasse Rakete jetzt mal hier erstmal Wasser trinken was kostet die denn Biomasse Rakete ein Dünger eine Baumrinde und ein Samen das haben wir doch ich weiß nicht ob Baumrinde fertig ist aber mittlerweile also die Samen haben wir auf jeden Fall die habe ich alle aufgehoben glaube ich so Liasamen okay wir brauchen Dünger Dünger können wir glaube ich relativ einfach produzieren da brauchen wir nur Algen für Aubergine und Schwefel so Aubergine Aubergine Alge Schwefel haben wir hier so Schwefel ist da hinten in der Kiste vielleicht sollte man das auch aus so logistischen Gründen woanders hinpacken wir machen das alles alles ins ins Biolabor Biomasse Rakete los geht's so dann machen wir einmal Dünger und fertig ist fertig dann packen wir alles was wir jetzt hier nicht brauchen wieder da rein so jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Baumrinde glaube ich oh bitte lass die fertig sein die Baumrinde ja da ist sie doch ha Baumrinde ist auch am Start Leute und zwar vier Stück hier ist auch noch ein Terminator ne ach schade es sind nur zwei Baumrinden ist in Ordnung es ist in Ordnung wir brauchen nur eine das heißt die kann eigentlich schon wieder direkt da rein wir brauchen mehr Schränke wir brauchen unbedingt mehr Schränke Leute so dann starten wir das Ding meine unsere erste Biomasse Rakete angeblich gibt es einen fetten Boost bin gespannt okay Leute da ist sie da ist sie oh mein Gott vielleicht kriegen wir sogar jetzt Bäume oder so alter guck mal wie krass das Ding aussieht hier da muss ich erstmal ein Screenshot von machen ne so so für YouTube Thumbnail weißt du so warte mal sehr schön okay dann starten wir mal die Möhre sieht es nicht toll aus Larsi verschießt wieder Biomasse mit seiner Rakete so sieht das aus ach guck doch wie schön das ist was passiert jetzt es kommen hier überall so Fussel runter auf jeden Fall ah Sporen haben wir kann man das jetzt warte mal auf dem Satellitenbild sieht man jetzt wahrscheinlich wie das hier wie das hier alles wächst oder wie das jetzt hier explodiert oder nicht nö also ich erkenne ehrlich gesagt nix Forzgas ich erkenne da jetzt ehrlich gesagt auf dem Satellitenbild auch nichts oder hm aber haben wir hier wir haben Biomasseboost hier guck mal 200 Kilo das tickert hier richtig hoch 600 Gramm pro Sekunde erscheint mir als nächstes eigentlich dann frei ich hoffe der Boost bleibt sehr sehr lange erhalten als nächstes gibt es einen Blumenstreuer bei 500 Kilo aber erst das dauert noch ein bisschen Leute das auch noch ein bisschen so ich muss ja hier ähm ganz kurz mal die Tür aufmachen es ist hier es ist Winter ne es ist so warm in diesem kleinen Streamerzimmer das ist unglaublich bis gleich Frauen und Hunger hab auch schon meine ganzen Vorräte aufgegessen äh Jesse hat mir vorhin einen Muffin gebracht und einen Donut es ist alles schon komplett leer ne es ist alles schon weggesnackt abo pro Essen es gönnt uns hier noch mal Bohnen wir trinken ein bisschen Wasser aber äh wir machen auf jeden Fall noch mal eine Iridium Rakete äh äh Jesse du hast dich verändert seitdem ich weggegangen bin Hallo Waffelkatze Moin ja wir sind die Haare ausgefallen ne ich kann sie aber holen sie wohnt hier bei mir ähm da kannst du sie vielleicht noch mal sehen aber ich glaube sie ist macht sich gerade irgendwas zu essen glaube ich ne ei 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 ja wer Jesse noch nicht kennt hier geht es zum Hasen rüber warte mal funktioniert das ja so zack da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen da wird sie sich sehr 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 drüber freuen so ähm wir müssen trotzdem noch mal äh eine Iridium Rakete starten das heißt wir brauchen oh ne Digga wir brauchen wieder einen Iridium Stab oh nein wir brauchen Iridium wie viel brauchen wir noch wir haben 1,2,3,4,5 wir brauchen noch 4 Stück ei 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 das ist jetzt natürlich ganz unglücklich haben wir noch Sauerstoff dabei lass uns noch mal wenn wir schon mal hier sind ähm noch mal so ein paar Kobolder einsammeln damit können wir Sauerstofftanks produzieren ich weiß jetzt gar nicht ob ich welche einen Sauerstofftank habe ich noch dabei für schlechte Zeiten sehr gut sehr gut sehr gut ah du bist der werte Mensch der bei ihr wohnt von dem sie ab und zu redet äh freut mich mal hier zu sein ja herzlich willkommen ja schön dass du da bist kann man den Erzbohrer einstellen was er farmen soll nee nee das geht nicht ähm den Erzbohrer kannst du in verschiedene Gebiete aufstellen ne zum Beispiel hab ich einen Erzbohrer hier in der Höhle und ähm in der Höhle sammelt er Iridium also nicht nur aber auch dann hab ich einen Erzbohrer da hinten in dem Gebiet da wo diese komischen Stein Strukturen sind da fördert er äh unter anderem auch Aluminium aber er fördert fördert nicht nur eine Sache sondern ähm zusätzlich immer noch andere guck mal hier hab ich einen Bohrer der ist hier in der Höhle ich guck jetzt da mal rein und man sieht wir haben Iridium gefarmt aber auch viele andere Sachen ne ist alles alles ist dabei Waffe Katze hey dankeschön für den Follow das aber wirklich sehr sehr freundlich danke sehr hat sie wirklich gesagt dass ich nett bin das sieht ja nicht ähnlich Spaß Spaß ja ich bin der nette Mitbewohner Mitbewohner Plus Wun Wudi Wudi herzlichen Dank auch für dein Follow Hallöchen und Ghosty ist auch am Start Hi Hallihallo Na wie ist es so wir sind gerade dabei einen Planeten zu terraformen wir sind hier gelandet da war alles rot es gab keine grünen Pflanzen überall war Wüste der Himmel war rot mittlerweile haben wir Wolken Regen wir haben Wasser wir sind dabei diesen Planeten zu verändern und zwar so dass er bewohnbar wird das ist die Aufgabe in diesem wundervollen Spiel und darum kümmern wir uns hier ja mehr oder weniger ne wir brauchen zwei Uran nochmal so und einmal ah das ist natürlich jetzt echt das war der letzte ne das ist der letzte Tropf unsere letzte Superlegierung war das dann brauchen wir Silizium okay wir können die Rakete direkt starten machen wir auch das Plus steht für ein extra Fach im Kühlschrank oder so sieht es aus ja ich hätte gerne extra Fach im Kühlschrank aber so weit kommt es leider nicht naja so wir starten die Rakete ich hab mal eine gebaut mal ganz schnell ne das ist eine Iridium Rakete wenn wir die starten wir müssen in Deckung gehen wir müssen in Deckung gehen dann fallen hier gleich Sachen vom Himmel ganz wunderliche und zwar werden jetzt Meteoriten auf uns stürzen die unseren Planeten anreichern mit Iridium zum Beispiel Rasenmäher gibt es hier nicht Rasenmäher gibt es hier nicht ihr seht schon der Himmel verfärbt sich und da kommen die oh jetzt kommen die alle runter hier alles klar so man kann das auch hier auf der Live Map verfolgen ich hab ein GPS-Satelliten gestartet darum sehe ich das da sehen wir ganz genau wo diese Meteoriten einschlagen und dort müssen wir gleich hin und das Zeug aussammeln einsammeln was sie ausspucken so rum so rum okay das war der Einschlag war direkt vor der Haustür aha okay ich sehe das schon zum Glück gehen die Gebäude nicht kaputt da müssen wir uns keine Sorgen machen nochmal irgendwas eingeschlagen oder was okay der Satellit funktioniert irgendwie nicht vielleicht wurde der auch getroffen ah jetzt geht es wieder jetzt geht es wieder ja wir haben eigentlich schon einen ganz großen Kühlschrank also da haben wir wir hatten einen kleinen Einbau-Kühlschrank also das war auch ein großer unten Gefrier-Element oben halt normaler Kühlschrank aber der war halt sehr sehr schmal und den haben wir jetzt rausgeschmissen haben aus diesem Einbauschrank ein also haben Regalbretter da reingezimmert und haben jetzt da einen richtig schönen Schrank und zusätzlich jetzt noch einen fetten Kühlschrank also eigentlich 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 sind wir da ganz gut versorgt was schön ich kennenzulernen ganz meinerseits mach's gut meine kleine Waffelkatze ich gebe nachher meiner Pixel ein Küsschen von dir das ist meine Katze eine der beiden zwei Stück haben wir hier wie im Zoo so hier ist Iridium getroppt diese ganzen Steine die verschwinden mit der Zeit das Iridium was da drin versteckt ist verschwindet auch mit der Zeit also wir müssen uns da ein bisschen sputen mit dem einsammeln haben wir noch Sauerstoff mit ja okay und äh wo ist das gelandet guck mal hier ich seh das hier auf dem Schiff irgendwelche Felsen liegen das ist normalerweise nicht so das heißt hier liegt noch was rum leichter einzusammeln ist das natürlich im Dunkeln dann leuchtet das schön aber naja aber naja wir nehmen alles mit ja Iridium brauchen wir unter anderem für Raketentriebwerke das heißt wir haben jetzt aus Iridium ein Triebwerk gebaut um eine Rakete zu starten um uns wieder neues Iridium zu beschaffen aber da kommt ja ungleich mehr vom Himmel runter als wir verbraucht haben deswegen macht das Sinn ab und zu so eine Rakete zu starten um die Vorräte aufzufüllen und genau das machen wir jetzt guck mal hier vorne ist noch was gelandet so guck mal das nehmen wir auch nochmal mit Kobalt haben wir das eigentlich abgeliefert? nee haben wir noch alles im Inventar na da komme ich noch nicht ran da müssen wir warten bis der Stein verschwindet ich ersticke auch gleich oh mein Gott oh mein Gott aber ich habe eine Notunterkunft in der Nähe die werden wir mal besuchen mit dem Jetpack legen wir mal kurz rein alter guck mal die Höhle wird auch komplett grün ist das nice ist das nice bin ich großartig ne heißt aber auch dass es hier wahrscheinlich jetzt kein Eis mehr zusammen gibt naja kann ich alles haben ich habe ein bisschen Sauerstoff aufgefüllt oh ne der Himmel wird wieder rot oder? Morgi Digi seit wann bist du denn hier? Hallöchen Moin wie jetzt wie steht's guck mal hinten ist auch noch irgendwas runtergekommen hier haben wir noch ein Klümpchen nach und nach verschwinden diese Steine ich denke mal im See ist auch noch was gelandet da werden wir auch gleich nochmal gucken und ja diese Meteoriten kommen immer nur in einem engen Radius runter ich glaube der Radius wird bestimmt entweder durch die Startrampe oder durch die Position des Spielers das weiß ich jetzt nicht so genau gerade von der Hunde Runde rein noch ein bisschen schön und wir suchen sie zu sehen sehr schön sehr schön Morgi herzlich willkommen es gibt noch eine Möglichkeit Eis zu bekommen Wasser in die Recycler ballern ja gut aber brauchen wir Eis vielleicht irgendwann zur Zeit noch nicht wir haben auch ehrlich gesagt noch gar keinen Recycler gebaut so wir sammeln alles rein diese ganzen schönen Steinchen hier das ist doch bestimmt noch irgendwas am Wasser ich hole mir einmal nochmal frische Luft guck mal hier ist auch noch irgendwas auf unserer Raketenbasis ist es auch drauf geknüppelt Wasser könnten wir auch nochmal zu uns nehmen in Schlückchen da ist bestimmt hier noch was drin sehr gut pass mal auf dann sind wir hier in der Base dann laden wir doch gleich mal das Iridium aus beziehungsweise machen wir diese Stäbe davon neun Stück brauchen wir da für einen Stab hat sich ganz schön was getan bei dir ey der Planet ist grün aber ich bin auch wirklich hart am Suchten das muss man wirklich sagen ich nehme das ja auch alles für YouTuber auf normalerweise mache ich so 30 Minuten folgen ich glaube ich sollte diese Folgen expanden auf Stunden folgen ansonsten kommt hier ja keiner mehr hinterher ne ok wir machen nochmal so eine Stange so Inventar ist leer und ich bin der Überzeugung dass hier im Wasser garantiert noch irgendwas reingeplumpst ist lass uns mal tauchen ok also ehrlich gesagt sehe ich gar nichts hier vielleicht weiter hinten vielleicht ein bisschen weiter hinten lass uns hier nochmal reinplumpsen das Meer ist auch schon fertig Mogi es ist krass oder ja das ist übrigens die alte Base kannst du dich noch dran erinnern ist abgesoffen leider funktioniert auch nicht mehr aber egal ist nichts reingestürzt ist es auch gar nicht vielleicht in der Richtung da vorne vielleicht äh hier so in der Ecke bei unseren Algen rechts im Wasser war der Einschlag von wo aus gesehen rechts Mad Maddy fliege ich gerade in die richtige Richtung gucken hier nochmal rein da sehe ich auch erstmal oh hier ist was auf jeden Fall oh Uran ist da noch ja den Klumpen müssen wir auch nochmal einsammeln das nehmen wir nochmal mit hier den Uran Klumpen müssen wir mitnehmen so ich habe einen Einschlag schon gesehen hey wo war der ich habe den noch gerade hier leuchten sehen bestimmt hier vorne irgendwo hinter so einem ah ja guck mal hier hinterm Stein versteckt so Uran ah komm flieg mal oh hier muss das irgendwo gewesen sein glaube ich ja ja okay sehr schön sehr schön sehr schön und dann haben wir auch erstmal genug Iridium wieder am Start das ist eigentlich ganz gut so ja wie selten das Zeug war am Anfang ne ich habe übelst lange gesucht um Iridium zu finden man 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 und jetzt fällt es ein so einfach auf die Füße so ich brauche ein bisschen Sauerstoff nochmal das ist meine letzte Flasche wir müssen bald wieder nach Hause aber ich glaube wir haben gut was gesammelt natürlich ist hier irgendwo bestimmt noch ein Klumpen da haben wir noch was zwei Stück gleich so ach und weißt du wo noch was sein könnte ich werde auch guck mal hier ist auch irgendwas runtergekommen oder sind das so random Steine könnte sein na komm schon ähm ich vermute dass hinten da in die Richtung in die wir gerade schauen da haben wir ja noch den Aluminium Bohrer wahrscheinlich ist da auch noch was gelandet oh alter wie wie sieht es denn hier aus hier ist aber auch was runtergekommen oder ei 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 aber nichts mehr zu finden schade da haben wir leider nichts mehr drin so ich vermute mal dass hier hinten irgendwas auch gelandet sein könnte eventuell weiß ich nicht müssen wir schauen warte mal hier könnte eventuell noch Oranium rumliegen ach guck mal einer an was haben wir denn hier ein bisschen Iridium ja mehr gibt es hier gar nicht ne alles leer da ist noch ein Klümpchen man muss die Augen schon offen halten das Problem ist halt es despaunt irgendwann leider okay dann nehmen wir nochmal ein bisschen Aluminium mit und dann müssen wir aber gucken unser Sauerstoff ist leer wir kriegen hier große Atemnot wenn wir hier noch bleiben so die nehmen wir nochmal mit das blaue Zeug auch okay ab nach Hause ab nach Hause wolltest du eigentlich nicht einen besseren Sauerstofftank bauen richtig und dazu kommen wir nämlich genau jetzt ich wollte erstmal so diese kritischen Vorräte auffüllen für die kritische Infrastruktur Sauerstoffflasche machen wir jetzt oh ich krieg Besuch Leute ich krieg Besuch was ist das denn warte 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 oh boy oh lecker dankeschön das ist ja sogar warm das Brot das ist ja ein Service hier danke Hase es gibt einen Salat in der grünen Schüsse serviert ist ein bisschen durchsichtig einen selbstgemachten Fleischsalat oder so was mit Brot so aus dem Kobalt machen wir gleich mal Sauerstofftanks so kleinere und dann schauen wir nochmal was wir brauchen um einen größeren Sauerstofftank herzustellen also das machen wir hier wir haben gerade den was haben wir denn den Vierer wir haben den Dreier wir brauchen den Vierer wir brauchen drei von den Steinen das ist natürlich richtig scheiße die haben wir nicht Leute wir haben keinen einzigen Stein mehr was kostet denn so ein Stein wir müssen die herstellen Kobalt Magnesium Eisen ach du scheiße was muss denn da alles rein Leute ein von allem oder eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie ich glaube ihr video muss da nicht rein das heißt es werden wir mal weglegen hier auf die kiste ist auch noch voll da müssen wir hier dann müssen wir hier weiter zu sparen das tut mir jetzt wirklich leid dabei also wir brauchen auf jeden fall noch eisen die nummer aluminium noch mal mit so wir haben jetzt und jedem so gruppe vier kobold machen wir mal ein bisschen raus vier davon vier davon vier davon uran muss weg so wir müssen was essen leute und was trinken stricken haben wir gerade nicht okay was braucht man noch silizium brauchen wir noch vier stück wir haben eins okay wir brauchen jetzt silizium und eisen und was zu trinken vor allen dingen silizium und eisen alter wie grün das auf einmal wird wir haben überall moos ist das toll finde ich super finde ich mega was war das denn für link gibt es gleich timeouts hier leute da sieht das richtig spannend aus hier drin oder so und hier ist viel eisen drin sehr schön wir nehmen alles mit silizium haben wir nicht so viel brauchen aber noch silizium wenigstens eins noch so da war was jetzt können wir das ding schon herstellen glaube ich ein richtiger grüner daum stört euch das wenn ich esse nebenbei es tut mir leid aber ich muss auch die alternative wäre jetzt den stream auszumachen naja ich snack einfach weiter sorry leute snack weiter naja wenigstens einer wenigstens einer ist zufrieden so wir können jetzt vier legierungen machen ne können wir nicht weil silizium fehlt müsste aber trotzdem reichen ich nehme jetzt mal den sauerstofftank ab warte mal so und mache jetzt den vierer jetzt kann ich ihn anziehen ja sicher leute wir haben 370 oder kommt schon wieder irgendwas runter leute ja guten hunger dankeschön viel viel dank meteoritenhagel wieder so freunde also wir haben den advanced sauerstofftank das ist der grüße den wir bauen können es gibt bestimmt noch einen größeren kann ich mir schon gut vorstellen alter jetzt ja was ist denn hier los leute wie viel schlägt denn hier ein so ein bisschen aufräumen hier so alu alter hier direkt zum glück standen wir da nicht gerade ich dachte die hütte ist safe wohl doch nicht okay es gab so kleine diverse einschläge was haben wir hier lasst uns mal gucken das moos ist jetzt fertig zu 66 prozent leute richtig gut wir wollen werden jetzt folgendes machen ich werde mal diese super legierungen auf vorrat bauen ein bisschen ich glaube wir haben eigentlich alles dafür da um da so ein paar dinger herzustellen weil wir die natürlich für alles mögliche brauchen das ding ist wir müssen halt silizium sammeln silizium haben wir auf jeden fall in der hülle da habe ich ganz viel im schrank glaube ich noch es wird immer grüder richtig gut oder gut wir haben hier da hinten ist ein wüsten sektion das wird wahrscheinlich immer wüste bleiben denke ich mal sogar die höhle ist grün wenn ich gerade so ein rotes licht rein scheint so haben wir hier silizium noch drin ein stück warte mal hier lag noch was glaube ich da hatte ich mal irgendwann was weggeschmissen das die spawnen nicht das ist eigentlich gut im schrank könnte auch noch was sein so silizium ich nehme noch mal ein bisschen eisen mit wir nehmen kobalt mit wir nehmen man nie wir nehmen alles mit wir nehmen alles einfach mit so das brauchen wir eigentlich nur noch aluminium und dann können wir das zeug herstellen weil ich glaube ach guck mal wie schön das breitet sich so langsam so von hinten nach vorne in unsere richtung aus ist das super so muss es sein freunde also was wir auf jeden fall noch brauchen im inventar ist aluminium ich werde mal ein bisschen was können wir denn weg legen hier eigentlich können wir gar nichts weg legen wir legen mal ein bisschen titan weg und dafür ein bisschen eisen rein legen ein bisschen co und die was das magnesium raus war da mal so rum im kobalt rein habe ich noch kobalt ja kobalt ist auch da und dann nämlich aluminium und dann müsste ich eigentlich jetzt zwei stück herstellen können ich weiß es nicht lass mal gucken 12 jetzt wird aluminium jetzt können wir auch nicht aluminium reich auf in das inventar so jetzt können wir wieder ein paar herstellen also es geht eigentlich eisen und titan müssen wir jetzt wieder benötigen titan ich sehe schon wir brauchen auf jeden fall gleich kobalt und silizium haben wir eigentlich noch aber magnesium können wir auch mal mitnehmen und soll das müssten wieder drei bällchen sein ja jetzt brauchen wir wieder aluminium also ihr seht schon das ist hier so ein kleiner drahtseil act so ja ich glaube das eisen wird uns gleich ausgehen oder noch mal schauen die lizium ist leer wie bitte ok ok gut ich meine wir haben jetzt ein paar bällchen erstmal wir haben erstmal ein bisschen was auf vorrat das ist jetzt nicht sonderlich wie eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn naja aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht ne kobalt kommt da rein dafür sind unsere schränke jetzt auch relativ leer naja können wir wenigstens wieder sortieren guck mal das hier und alles raus das müssen wir hier nämlich rein Sauerstoffcontainer nehme ich noch mal ein paar mit Essen weiß ich nicht Ok 70 prozent alles bewusst schon sehr schön danach geht es wahrscheinlich weiter mit blumen und dann kommen wahrscheinlich die bäume ob am ende noch tiere kommen das weiß ich natürlich nicht es wird wohl zeit wieder alles zu farmen und zusammen ja wird es tatsächlich aber lasst uns noch mal reinschauen und warte mal ich stelle mich mal in die hütte sonst ersticke ich hier gleich Die frage ist was wollen wir uns als nächstes ziel setzen also Dass hier unten ist alles nur einrichtung das alles nur deko staff und schränke Gras treuer haben wir das haben wir das ist neu guck mal zwei dünger und zwei steine Mach ich mal Haben wir eigentlich alles da Wie viel dank für den folgen wo kommt das denn jetzt her Rie muss titos hallöchen danke für die folge sorry dass ich esse nebenbei aber ich bin sehr hungrig So wir machen ein bisschen dünger Wenn wir gleich vier stück machen aber wir könnten auch vier dünger machen eigentlich Ich weiß nicht ob die algen reichen müssen wir gleich mal schauen ich nehme mal ein paar auberginen raus Wir setzen gleich wieder den den samen wieder ein und marfix Vielen viel dank auch für dein follow hallöchen pipo hallo herzlich willkommen mein lieber Dünger Immer noch ein Eine alge fehlt das gibt's doch nicht Was ist denn warum ist denn hier iridium in meinem garten ist hier irgendwie irgendwas reingeplumpst oder war Baumrinde rausnehmen Baumrinde hier rein legen wir müssen noch mal algen abernten sollten aber fertig sein eigentlich So was hat ein pipo geschrieben wo ist denn der da da unten forellen in den sie setzen Planet ganz für dich allein hat das wäre natürlich keine so als angler Da hast du dann deinen spaß guck mal hier es ist alles schon komplett grün geworden können hier richtig jetzt wurzeln ernten Also die wurzeln sollen algen darstellen Das nimmt man natürlich alles mit Malzeit bänkai grüß dich hallöchen Kann man das gerne koop zocken nee das funktioniert nicht ist ein reines solo game sorry Ähnlich wie auch bei subnautica da muss ich dich leider enttäuschen aber naja es macht trotzdem sehr sehr viel laune wirklich macht sehr viel spaß Kann es sein dass jetzt hier wieder meteoriten unterkommen Ja, oh mein gott, wir müssen weg wir müssen weg Guten hunger dankeschön mörko Vielen, vielen dank Wir sind in vermeintlicher sicherheit wir machen noch einmal dünger Okay Dann packen wir hier alles rein was wir nicht brauchen also wir machen das um ich glaube das geht schneller Anni kommen wir machen das so einfach Dann den schwefel Die auberginen brauchen wir auch erstmal nicht Gut, ich möchte nämlich jetzt folgendes bauen und zwar den blumenstreuer t2 Da brauchen wir einfach nur noch legierungen und ein bisschen wasser das ist aber ganz schön laut hier gerade alles was denn hier los geht die welt unter Wie viel brauche ich ein dünger zwei stück ne Also brauchen wir davon nur 4 Und Wasserflaschen und wir müssen natürlich noch einen samen reinsetzen wir haben hier noch blümchen Mit 300er multiplikator ich glaube das ist das beste was wir haben Können sowieso nur zwei bauen ist in ordnung Asteroiden Machen haben muss den krieg erklärt das wird gar nicht mehr auf leute Und dann können wir die teile jetzt bauen wasser brauchen wir noch Und dann können wir die teile jetzt hinsetzen zwei stück Ich würde sagen wir begrünen hier weiter wir machen hier so schön da wo wir wo wir aufgehört haben Dann machen wir auch weiter vielleicht kriegen wir hier so eine nahtlose grünfläche hin So ganz wird es wahrscheinlich nicht klappen aber Eventuell ansatzweise so das ist der t3 streuer da machen wir natürlich ein blümchen rein und ein köpfer davon noch bauen Ja wo wollen wir den hin machen Fragen über Fragen Da sind die zwei das war eigentlich unsere neueste errungenschaft Wie sitzen hier aus Da kommt auch noch ein blümchen rein Okay, ich bin sehr 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 gespannt aber es sieht ja fantastisch aus oder Blumenstreuer t2 Erzeugt Biomasse 33 gramm pro sekunde Und tausend sauerstoff alter das ist heftig das ist richtig gut Sauerstoff muss durch die decke gehen glaube ich oder wusste sauerstoff da oben Ich glaube wir haben gerade 2000 sauerstoff dazu bekommen Richtig gut Oh Also das moostick hat langsam vor sich hin hier aber ich habe das gefühl irgendwas fehlt noch Lass uns mal auf die anzeigetafel schauen und was könnten wir da noch bauen Damit das hier ein bisschen schneller vorangeht Damit das hier ein bisschen schneller vorangeht Wer zu sagen Biomasse vielleicht noch Wir haben 1, wir haben über eine tonne Biomasse Wir brauchen 35 tonnen Uff Bei der Temperatur wird das Wasser verdunsten So kalt ist es wieso wo ist denn hier eine Temperatur War da eine Temperaturanzeige Jetzt habe ich mich völlig verlaufen hier in meinem eigenen Laden Wo muss ich denn hin Hier Wo ist denn hier die Temperatur Und zwei Wärme Was ist das für eine Temperatur Biomasse ist ein bisschen langsam oder Ja Wir haben 11.000 Luftdruck 9.000 Wärme Sauerstoff könnte man auch noch nachhelfen oder Wir arbeiten dran an der Wärme Ey das kann sein dass wir fast noch im Vakuum sind Ähm Wir brauchen ja auch unsere Sauerstoffflaschen Die haben wir ja nicht umsonst auf dem Rücken Wie erhöhen wir denn Biomasse Ich esse erstmal was hier Welche Möglichkeiten haben wir noch Biomasse 17 ist gar nichts Aber 17 was 17 Gramm pro Sekunde oder wie Das hilft uns nicht weiter Er zeigt Biomasse Wer lieb Wie viel Dank für den Follow Hallöchen herzlich willkommen Wir haben sowieso keinen Biokunststoff Das bringt uns jetzt erstmal nicht weiter glaube ich Und bauen ein Klo Das ist natürlich auch nicht schlecht Gute Idee Gute Idee Machst du auch Biomasse O2 Der macht Sauerstoff Bohrer haben wir eigentlich genug Jetzt auch Können nochmal so ein Bohrer machen eigentlich Aber Es geht aktuell wirklich nur mit Algen Oder Kann man irgendwie noch was freischalten hier Was haben wir denn Wo ist denn hier Biomasse Gasextraktor ErzExtraktor Nummer 2 Kernfusionsreaktor Heizungstufe 4 Baumsamenverteiler Das ist alles Sauerstoff hier Wir könnten natürlich noch Eine Biomasse Rakete noch starten Bio mit 2 Das können wir nochmal gucken Was kriegen wir da durch Auch nur 11 pro Sekunde Das macht auch keinen Sinn Mag genauso viel Biomasse Wie in Algen Algen machen mehr Biomasse Aber 11 was 11 Kilogramm Oder was ist das Da pass mal auf Da mache ich doch einfach Noch eine Rakete Da müsste sich ja dieser Wert verdoppeln Oder Dann steht hier eine 2600 Ist das richtig Da mache ich noch eine Rakete Ist doch ganz easy Pass auf Wir machen jetzt ein Triebwerk Wir machen noch eine Biomasse Rakete Was brauchen wir Einen Stab Zwei Uran Und eine Legierung Legierung Zwei Uran Und So einen roten Stab Okay Wir machen jetzt einfach noch eine Wir machen jetzt noch einfach eine fertig So Da brauchen wir safe Noch zwei Legierungen Und noch irgendwas Spezielles Was ich noch nicht weiß Da müssen wir mal schauen Da müssen wir mal schauen Bin gespannt ob das funktioniert Oh guck mal die Blumenwiese an hier Hat sich echt massiv schnell ausgebreitet So was brauchen wir da Biomasse Rakete Ähm Ein Lirasam Dünger Und Baumrinde Eui 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 Ah dieser scheißen Dünger Ich hab 20 Raketen aufgejagt Alter Phantos Wie viel produzierst du Keule Das ist ja krass So Ja dann machen wir das mit der Rakete Ich glaub das ist schon mal ein guter Weg Glaube ich So Dann brauchen wir einmal Baumrinde Wir brauchen einmal Dünger Das müsste reichen oder Genau Der Rest kommt wieder zurück Dünger Was war das jetzt noch Ich hab's vergessen Baumrinde und Dünger Ich glaub das ist es schon Achso und Samen Und Samen nehmen wir nochmal mit Der müsste hier noch drin sein Genau Ähm Ein Lirasam hätten wir noch Ja Das heißt wir könnten danach noch eine Biomasse Rakete eventuell abschießen Dann würde sich der Wert allerdings nicht mehr verdoppeln Sondern nur noch ein Drittel dazukommen Aber hey So Los geht's Also 1300 hatten wir ne Und die Luftdruckraketen Ähm die hab ich schon gar nicht mehr gezählt Okay okay Wo hast du das ganze Zeug erfahren Toast Das ist ja krank So Rakete startet Dann wollen wir nochmal schauen Wir waren eben bei 1300 Ungefähr Wir sind jetzt bei 2700 Ja sicher Ha Jetzt wird noch produziert hier Jetzt geht's noch voran Wenn wir noch eine hochschießen Müssten wir jetzt circa bei 4000 sein Der grüne Staub rieselt auf die Erde runter Und da